Frau Schweininger hat die Sarah Tanzgruppe im Jahre 1998 mit 28 Tänzer gegründet. Zurzeit gibt es 170 Jugendliche in der Tanzgruppe. Der Leiter der Gruppe ist Peter Schweininger, damals war er ein Gründer im Leben der Tanzgruppe. Die Tänzer sind sehr aktiv. Sie haben eine Zeitung herausgegeben, sie organisieren Sturzüge, Tanzvorführungen, Fußballspiele und Sommerkurse. Die Tanzgruppe hat an Vorwurf-Festivalen in Europa teilgenommen und im Jahre 2011 haben sie das Ungarn-Deutschturm an einer Tournee in Amerika vertreten. Sie haben im Jahre 2008 die Qualifikation Volt und in 2011 Volt mit Belobigung bekommen. Heute führen wir die sogenannte Sarah Regina Wattow vor. Herr Vielen Dank. 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 Vielen Dank.